Was zum Ostshow wird vermisst? Seit Tagen warten Fans auf eine Antwort vom Internetster Ostschau. Wer erzählt denn so einen Mumpitz, wenn die nur wüssten? Jetzt holt ihr mal ganz schnell einen Stift raus und schreibt euch auf, am Sonntag, den 28.03. Um 19 Uhr beginnt das Stream, das XXL Pokémon Opening und wer das nicht macht, puh. Wer Bock hat, kann sich sogar Booster Packs kaufen. 5 Boxen werde ich öffnen und 1 ETB, 1 Box geht an die Community. Eure Namen kommen auf Kärtchen und ich werde dann live im Stream euren Namen vorlesen und auch euer Booster Pack öffnen. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr einen Shiny Glurak, der so ungefähr 5 bis 600 Euro wert ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wer wirklich Interesse hat, soll mir einfach schreiben bei Instagram und die Einzelheiten werden dann dort geklärt. Außerdem wird geöffnet, diese schimmernde Legenden Spezialbox von Raichu. Und zum 25-jährigen Jubiläum in Kooperation mit McDonalds werden diese schicken Booster geöffnet. Ganze 20 Stück. Das war aber noch nicht alles, denn live im Stream habt ihr die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Ich werde etwas verlosen und zwar einmal die Raichu in überdimensionaler Größe, Relaxo auch in überdimensionaler Größe, Kramor in Holo und wie ich persönlich finde, eine geile goldschimmernde Raichu-Münze. Und wer das haben will, muss einfach im Stream dabei sein. Das war's dann auch schon mit dem Teaser-Trailer. Ich hoffe, ihr kommt rein und sagt jedem Bescheid, euren Eltern, euren Freunden, Verwandten, sogar Leuten, die ihr nicht kennt. Einfach schreiben, die sollen einfach kommen. Und wenn ihr gar kein Pokémon-Fan seid und es interessiert euch nicht, kommt einfach rein. Das war's auch dann. Das war's auch. Das war's dann auch schon mit dem. Das war's dann auch schon mit dem kleinen Teaser-Typ. So, das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon mit dem Teaser-Typ.